Die BMW 4er Familie. Eine selbstbewusste und attraktive Baureihe mit eigenständiger Ästhetik und Dynamik. Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2013 wurden weltweit fast 400.000 Fahrzeuge verkauft. Eine echte Erfolgsgeschichte. Unser Ziel war bei den neuen BMW 4ern ganz klar den sportlich dynamischen Charakter der Fahrzeuge zu stärken. Umgesetzt haben wir das durch verschiedenste Maßnahmen im Exterieur, Interieur, aber auch im Bereich der Fahrdynamik. Durch kleine, aber wirkungsvolle Maßnahmen wird das Erscheinungsbild der 4er Baureihe noch sportlicher und dynamischer. Die neu gestalteten BLED-Frontscheinwerfer sind ebenso serienmäßig wie die neuen LED-Nebelscheinwerfer. Ein durchgehender zentraler Lufteinlass kennzeichnet nun die Front des BMW 4er. Im Heckbereich des Fahrzeuges werden einem sofort den neuen Heckleuchten ins Auge stechen. Die Heckleuchten sind ebenfalls komplett neu entwickelt, nun in Voll-LED-Technologie, haben eine neue Leuchtengrafik. Und auch der Stoßfänger hier wieder in Sportline und Luxuryline ist komplett neu gestaltet. Das macht das Fahrzeug deutlich leichter und noch dynamischer von hinten. Zwei neue expressive Farben, Snapper Rocks Blue und Sunset Orange ergänzen das Spektrum der Außenfarben. Und auch vier neue Felgendesigns sind erhältlich. Im Innenraum gibt es drei neue Lederpolster. Chrom- und Galvanic-Applikationen kommen zum Einsatz. Diese und die Zierblenden in Schwarz-Hochglanz betonen die Wertigkeit des Anterieurs. Das Navigationssystem Professional verfügt nun über eine individuell konfigurierbare Kacheloptik. Und erstmals wird in der 4er Baureihe das multifunktionale Instrumentendisplay angeboten. Wir haben bei allen für den Vierern verfügbaren Fahrwerke, das heißt also Basisfahrwerk, M-Sportfahrwerk und auch bei dem adaptiven Fahrwerk die Fahrwerke maßgeblich überarbeitet, sodass wir jetzt mehr Sportlichkeit anbieten können, aber bei gleichbleibendem Fahrkomfort. Die neuen BMW Vierermodelle sind ab Produktionsbeginn im März 2017 verfügbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017